Servus Leute und willkommen zu einer neuen Aktienanalyse auf dem FinanzWG-Kanal. Mein Name ist Liam und ich werde heute mit euch mal den Spieleentwickler CD Projekt analysieren. Ja, kommen wir erstmal zur allgemeinen Information zum Unternehmen und zwar ist es ein polnischer Softwareentwickler, also wie gesagt aus Polen, ist es der zweitgrößte europäische Softwareentwickler, also ein Entwicklerstudio nach Ubisoft. Ubisoft stellt auch Videospiele her, ist ja klar, vielleicht kennen das auch einige von euch, die noch Videospiele spielen. Ja, bekannt geworden ist die Firma durch die Saga Witcher. Witcher kennt ja jetzt vielleicht auch jeder, sie haben ja auch eine Netflix-Serie darüber gemacht und ja, wie gesagt, die Witcher-Games waren auch ziemlich bekannt und das sind so Roleplay-Games, die werden auch noch ziemlich viel gespielt. Ja, und die Firma hat 1100 Mitarbeiter, das bedeutet, sie ist jetzt nicht besonders groß. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Entwicklerstudios jetzt nicht sonderlich viele Mitarbeiter haben, wie zum Beispiel Amazon als Logistikunternehmen, was natürlich Fahrer braucht und alles Mögliche. Die brauchen ja in Anführungsstrichen nur Programmierer. Ja, dann kommen wir auch mal direkt zu Zahlen des Unternehmens und zwar haben sie momentan eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Euro. Wir haben diese Werte jetzt mal in Euro umgerechnet. Das ist ja eine polnische Firma, also wäre das eigentlich in der polnischen Währung. Jedoch haben wir das jetzt einfach mal zur Vereinfachung in Euro umgerechnet. Der Umsatz beträgt 114 Millionen Euro, zumindest im Jahr 2019 und der Gewinn 38 Millionen Euro. Wie ihr schon sicher merken könnt, ist das im Verhältnis zur Marktkapitalisierung nicht sonderlich viel. Also der Umsatz und der Gewinn hier. Und das liegt auch daran, dass die Firma etwas überbewertet ist, dazu aber später nochmal mehr. Ja, hier sieht man nochmal einen Chart von Umsatz und zwar kann man hier auch ganz deutlich erkennen, dass 2015 der Umsatz logischerweise komplett in die Decke geschossen ist. Das liegt daran, dass dort Witcher 3 rausgekommen ist, das bis jetzt, würde ich sagen, erfolgreichste Spiel, was sie released haben. Und dann hat der Umsatz immer weiter abgenommen und 2019 ist dann nochmal etwas hochgegangen, weil da nochmal zwei andere Spiele rauskamen. Man muss natürlich klar sagen, dass bei solchen Spieleentwicklern der Umsatz bzw. der Gewinn sich sehr danach richten, ob sie jetzt ein neues Spiel rausbringen oder nicht. Ja, beim Gewinn sieht es etwa genau gleich aus. Sie haben in jedem Jahr den Gewinn beinahe proportional zum Umsatz gehalten. Ja, dann kommen wir als nächstes auch mal zur Chartanalyse des Unternehmens, denn diese sieht etwas interessant aus. Wir hatten hier ja in den letzten paar Tagen bzw. in den letzten zwei Wochen das Release von Cyberpunk 2077. Und nachdem dieses Spiel dann doch nicht so gut angekommen ist, wie erstmals gedacht, das sah ja ziemlich gut aus in den Videos, die kamen und ist dann aber nicht so gut angekommen, weil es auf den alten Konsolen, nämlich der PS4 und der Xbox One, glaube ich, nicht die Performance liefert, die man eigentlich denkt. Das bedeutet, das Spiel ist dafür nicht optimiert und kann darauf nicht richtig gespielt werden. Daraufhin ist der Kurs natürlich eingebrochen. Man sieht hier einen Einbruch von etwa fast genau 50%, was schon ziemlich heftig ist. Man sieht hier, dieses Kurslevel war zuletzt im Frühjahr bzw. Ende 2019 zu bekommen bzw. nochmal im Frühjahr 2020 natürlich durch den Corona-Kurseinbruch. Was man aber natürlich sagen kann, ist, dass Cyberpunk 2077 an sich kein schlechtes Spiel ist. Es ist natürlich trotzdem das Spiel, was die Leute in den Videos und den, ja ich sag mal, Trailern gesehen haben, außer dass man halt diese Spiele nicht optimiert hat für die alten Konsolen. Auf dem PC zum Beispiel funktioniert das Spiel trotzdem einwandfrei und ist dementsprechend natürlich ein super Spiel. Das bedeutet, die Firma muss jetzt einfach schauen, dass sie halt recht schnell das Spiel wieder optimieren für die Konsolen, damit es auch von den Konsolenspielern gespielt werden kann. Dann kommen wir auch als nächstes zur Aktionärsstruktur des Unternehmens und die ist ja doch etwas verschieden. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wo nur Fonds und große Investmenthäuser beteiligt sind, sind hier auch unter anderem der CEO und Gründer beteiligt. Also Marcin Piotr ist der Gründer, Mitbegründer und ist momentan auch CEO. Und das hier ist auch einer der Mitbegründer, Adam Mikhail Kisinski. Sorry, wenn ich jetzt die Namen etwas falsch ausspreche. Ich weiß nicht genau, wie man diese Namen jetzt im Polnischen ausspricht. Und ja, das ist doch schon ziemlich interessant, weil zum Beispiel der CEO hier wirklich über 10% des Unternehmens hält. Ja, dann als nächstes zu den Segmenten. Sie haben zwar quasi einmal GOG.com. Das ist eine Vertriebsplattform für Videospiele, etwa wie Steam, Origin, Blizzard und solche Sachen. Also die haben ja alle ihre eigene Plattform quasi, wo sie die Spiele vertreiben. Und so eine Plattform hat CD Projekt auch mit GOG.com. Und dann bringen sie natürlich noch RPGs raus. Das sind Roleplay Games und das bedeutet halt quasi ein Rollenspiel, wo man sich quasi einen Charakter erstellen kann und mit dem dann wie ein eigenes Leben im Spiel führen kann quasi. Für mich ist das jetzt nicht sonderlich etwas, aber ich denke schon, dass das auch sehr viele Leute spielen. Gerade mit World of Warcraft gibt es das ja, GTA nochmal. Aber ich glaube, diese richtigen Roleplay Games sind dann nochmal etwas genauer dann wirklich mit Interaktion auch zwischen den Spielern und mit viel mehr Möglichkeiten, was man dann im Spiel so machen kann. Ja, als nächstes haben wir die Produkte, die sie rausgebracht haben. Hier kann man sich auch nochmal nach den Jahren ganz gut daran orientieren. Hier zum Beispiel 2015, wo es den, ja sagen wir, bis jetzt firmeninternen besten Umsatz gab, war es natürlich The Witcher 3, das rausgekommen ist dort. Und dann im Jahr 2018, wo es auch nochmal etwas mehr Umsatz gab, ist halt dieses The Witcher Kart Game rausgekommen und Thronebreaker. Und zuletzt dann halt dieses Jahr Cyberpunk 2077, was aber ja jetzt erstmal zurückgezogen wurde. Und ja, dazu kommen wir jetzt. Und zwar geht es darum, dass Cyberpunk 2077 erstmal auf Eis gelegt wurde, kann man so sagen. Es wurde nämlich eine Kaufwarnung für die PS4 und die Xbox One veröffentlicht. Das liegt, wie gesagt, daran, dass die Spiele dafür nicht optimiert sind und auf den Konsolen nicht besonders gut laufen. Außerdem gibt es eine Anklage wegen Falschdarstellung, weil sie quasi sich falsch dargestellt haben und gezeigt haben, dass ihre Zahlen ein bisschen besser aussehen, als sie dann doch waren. Die Klage kommt von einem Investor von ihnen, der selbst Anwalt ist. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt durchgeht, ob das jetzt so aussagekräftig ist oder so wichtig ist oder ob der Typ jetzt einfach nur sauer ist, weil er hier seine 50% Kurseinbruch jetzt hatte in den letzten Wochen. Und dann kann man natürlich noch sagen, dass Sony und Microsoft die Rückerstattung bestätigen. Das heißt, Leuten, die das Spiel gekauft haben und die es nicht mehr haben wollen, denen wird es natürlich zurückerstattet. Und durch diese ganze Sache gab es natürlich einen Kurseinbruch von minus 48%. Wie ich aber schon gesagt habe, läuft das Spiel natürlich auf den neuen Konsolen bzw. auf normalen bis guten PCs natürlich trotzdem gut. Was man aber natürlich auch dazu sagen kann, ist, dass sie jetzt natürlich das Spiel nochmal überarbeiten müssen. Das heißt, optimieren müssen für die anderen Konsolen und können somit nicht an anderen Sachen arbeiten. Das heißt, vielleicht an neuen Spielen, vielleicht an Verbesserungen an DLCs, die sie verkaufen können. Und das ist natürlich für so eine Firma auch etwas schwierig, weil für DC Project ist es, also sie sind dafür bekannt, sehr nutzerfreundlich zu sein. Das bedeutet, sie haben keine Spiele, die irgendwie besonders zugemüllt sind mit irgendwelchen DLCs. Sie machen einfach ein Spiel, das kauft man sich, dann kann man es wunderbar spielen. Und diese Nutzerfreundlichkeit birgt natürlich auch ein bisschen, dass sie dadurch weniger Umsatz machen können, weil sie sind halt natürlich super abhängig davon, wie ein Spiel ankommt, was sie jetzt rausbringen. Weil man sieht ja beispielsweise, sie haben Cyberpunk 2077 rausgebracht. Das wäre dann auch so quasi, wenn sie diese Politik der Nutzerfreundlichkeit weiterfahren, dass man sich das Spiel einfach nur kauft. Und wenn halt die Verkäufe einbrechen durch sowas wie jetzt zum Beispiel, dann sieht man natürlich einen rasanten Kurseinbruch. Ich meine, die Firma ist jetzt in den letzten zwei Wochen nur noch die Hälfte wert geworden. Inzwischen eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Euro, wie schon gesagt. Und vorher waren es über 12 Milliarden Euro. Das bedeutet halt, sie sind dadurch, dass sie keine DLCs haben oder Nebengeschäfte in den Games und quasi aus dem Game nicht viel rausschlachten, sage ich jetzt mal, was natürlich schön ist für die Benutzerseite, sehr davon abhängig, dass quasi ein Spiel, was sie rausbringen, auch sehr gut ankommt. Und ja, dann würde ich sagen, wir kommen einfach mal zu den letzten zwei Punkten, und zwar zu dem Fazit. Und zwar haben sie einmal eine große Gewinnmarge bei GOG.com. Das ist ja klar, weil sie ihre Spiele über ihre eigene Website vertreiben, nicht noch Prozente an irgendwelche anderen Websites abgeben müssen. Dann haben sie natürlich auch eine aufgebaute Fanbase durch die Witcher-Reihe, was gut ist. Und sie haben auch eine gute Kurseinstiegsmöglichkeit durch den Drop, der jetzt war, von minus 50%. Und man sagt, also sie haben gesagt, dass wenn das Spiel 8 Millionen Mal verkauft wird, also Cyberpunk 2077, dann sind sie mit dem Spiel Breakeven. Das bedeutet, dann sind Entwicklungskosten und, ich sag jetzt mal, ja, Entwicklungskosten und Innovationen quasi wieder reingeholt. Und das ist jetzt ein bisschen die Frage, ob sie das, also laut eigenen Angaben haben sie das schon geschafft. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob da dann die Rückerstattungen noch mit reinzählen oder nicht. Aber wie gesagt, man sieht hier auch schon durch die Marge, dass sie das Spiel nicht sonderlich oft verkaufen müssen, um dort im Breakeven zu gehen, beziehungsweise in den Gewinn zu gehen, was auch ziemlich gut ist, würde ich sagen. Bei den Contras haben wir natürlich, dass sie ein kleines Segment haben. Das bedeutet natürlich, wie schon eben gesagt, sie bringen Spiele raus. Wenn das Spiel ankommt, dann ist es super. Wenn es nicht ankommt, dann ist es wirklich super schlecht für die Firma. Wir haben hier den 50% Kurseinbruch gesehen. Und außerdem, wie gesagt, auch das mit den DLCs. Sie verdienen halt kein Geld rund um die Spiele, sondern wirklich nur mit dem Spiel, was sie halt sehr verletzlich, sage ich jetzt mal, macht. Dann natürlich noch die hohe Bewertung. Wie gesagt, Ubisoft hat etwa eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro. Sie sind der größte europäische Entwickler, beziehungsweise Entwicklerstudie. Und sie haben 6 Milliarden Euro und hatten davor ja 12 Milliarden. Das heißt, sie waren davor quasi kurzzeitig größer als Ubisoft. Und das kann man schon sagen, dass es ziemlich hohe Bewertung ist, weil Ubisoft hat echt einige Spiele, die sehr krass sind. Sie haben Watch Dogs, Assassin's Creed. Assassin's Creed hat eine unglaubliche Fanbase. Ich selbst habe Assassin's Creed, glaube ich, schon vor sieben oder acht Jahren gespielt und finde immer noch, dass es ein gutes Game ist. Ich zocke es zwar nicht mehr, aber ich denke, dass es noch viele Leute tun. Also Ubisoft hat da auf jeden Fall ein gewaltig größeres Fanbase und Portfolio auch an verschiedenen Spielen. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass mit Cyberpunk 2070 der Erfolg ein bisschen verfehlt wurde halt. Aber man kann natürlich auch so argumentieren, dass das Spiel halt wirklich nicht schlecht ist, sondern erst optimiert werden muss. Ich persönlich denke über die Firma, dass es etwas schwierig ist, hier ein Investment zu treffen, denn sie haben, wie gesagt, kleine Segmente. Das bedeutet, sie machen keinen sonderlich großen Profit oder schlagen viel Profit aus den einzelnen Spielen raus, sondern bringen wirklich nur Spiele raus. Wenn die gut ankommen, dann ist es gut für sie. Wenn sie schlecht ankommen, dann ist es radikal für sie. Deshalb würde ich sagen, dass die Firma nicht ganz so konsistent ist und meiner Meinung nach etwas schwierig ist, hier ein Investment zu treffen, weil man halt schnell rasant Kursverluste machen kann, wenn halt mal eine Sache bei ihnen etwas schief geht, so wie das jetzt und sie dann halt keine sonderlichen großen Rücklagen haben auf irgendwelche Einnahmen mit DLCs oder solchen Spieleerweiterungen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung oder ein Abonnement da, ansonsten sehen wir uns wie immer zu einem Marktupdate morgen oder zu einer weiteren Aktienanalyse diese Woche. Bis dann, ciao!